So, dann hoppen wir doch jetzt mal in Entschrouded rein. Wey. Hallo. Hallo. Suki, Suki, Suki. Ich bin Suki und ich bin auch dabei. Wir warten seit zwei Stunden. Zwei? Ja, ja. Weepass hat gesagt, du bist 16 Uhr da. Das stimmt gar nicht. Ich habe gestern noch ganz kurz reingeguckt, ganz kurze fünf Stunden. Und habe hier Level 4 gemacht. Ja, ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Du hast gestern das Wort Tabulator gelernt, by the way. Habe ich gesehen. Was zum Teufel ist Tabulator? Man lernt nie aus. Schöne Sache. Oh, der Ex- Oh, du kannst uns retten, glaube ich. Suki, kannst du uns kurz aufreden? Die gierigen. Iiii. Iii, die gierigen, die den Loot wollten. Was ist denn der Server? Ich sehe den Server nicht mal. Mehr als einladen kann ich nicht. Geht nicht. Die neuen Stuff. Warum? Sitzung beitreten. Warte. Sitzung beitreten, Passwort rein. Wo liegt das Problem? Hä? Suki, geht sie gut? Hä? Suki, geht sie gut? Alles gut. Das steht ganz fett bei ihr Passwort eingeben. Sie sagt, ich kann nicht beitreten. Aber gibt doch nichts ein. Sie macht einfach gar nichts. Alles gut. Sie macht einfach gar nichts. Alles gut. Stream offline hat sie jetzt reingemacht, aus Versehen. Kannst du das Passwort noch einladen? Hast du das Passwort geleakt? Hast du jetzt ehrlich das Passwort geleakt? Oh Mann. Nur ganz kurz. Oh Mann. Suki, Alter. Mann, das, wenn ich, wenn ich nochmal beitrete, war das. Bin gleich wieder da. Bin wieder da. Ach, du hast ja als Belohnung jetzt erstmal eine Chips-Tüte oder so geholt, oder? Nimmst du hessen? Oh mein Gott. Voll in die Lava. Oh. Ähm, die Flamme ist in mir erstmal erschlossen. You dead? Ja. Dann viel Spaß. Hol dein Stuff wieder. What, how? Nein, ich bin irgendwie da reingelaufen und gestorben. Bist du im roten Bereich gewesen? Nee. Was war das, Chad? War da Lava. Also roter Boden. Ja, aber ich hab dich ganz kurz berührt. Ja, der zieht hier richtig dumm viel Zeit weg. Oh Mann. Vielleicht von hier oben. Okay, let's try. Wir springen nach da. No rest of one! Will ich holen gehen? Kannst nicht. Doch. Ich grab mich einfach hoch, alles gut. Ich schaff das nicht. Hä? Wo? 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 Alles gut bei euch, oder? Klingt sehr spannend, was auch immer wieder macht. Ich, ich seh' wo du bist. Okay. Ja. Das ist gar kein Problem. Das krieg ich easy wieder. Warte mal, soll ich dich noch wieder beleben? Ich könnte nach unten graben. Wieder nicht hier. Nee, ich bin am ersten Mal totgestorben. Aber jetzt bauen wir hier noch ein bisschen hin. Wie komm ich eigentlich wieder hoch? Gleich sind wir beide da gestackt. Ach, Quatsch. Oder ich stack mich einfach. Ich seh' dich. Hallo. Bist du jetzt instant wieder geschockt? Also das halt. Das halt böses Lava. Du hast'n Boss. Oh oh. Plünderer, Google, Mutter. Google, Mutter. Mami. Ich hab' leider keinen Amboss. Mami. Jetzt zu spät. Wir haben ihn getriggert. Viel Spaß. Amboss. Oh, ist effektiv. Was effektiv? Bomben. Nicht effektiv, never mind. Lol, der ist gefangen. Oder? Wir können ihn in den Boden. Oh mein Gott. Hier oben steht ein Kill hochgekommen. Das hab' ich gesehen. Fuck. Das kann er doch nicht machen. Haben wir den gerade mit den Granaten losen festgestackt? Ja. Ja, ne? Warte. Warte. Halsch doch. Richtig gut. Das war nicht gut. Oh. Holy shit. Hahaha. Wir haben super die Lealer drin. Der kommt da nicht mehr raus. Als ob wir's geplant hätten. Oh my god. Oh no. Oh my god. Warte mal. Hat die gerade Wölfe gesport? Ja. ach du scheiße die wölfe ich habe mich hoch ich fasse es nicht ja da hätte die bock neben hat geworfen war schön oben viel hat er ja nicht mehr die wölfe halten nicht so viel aus aber die machen nicht damit ins loch mit ihr oh mein gott weißt du was du bekommst wenn du eine stunde lang kupferbarren fahren oder generell kupfer ich dachte jetzt eher an ein dankeschön von mir aber was kann ich mir damit kaufen noch gleich so viel mehr wert ja team team oh gott das ist gar kein boden das ist eine blume eskalation alles gut war fast verreckt aber alles gut okay mir geht's gut super ich würde schon mal soll ich schon mal holzen gehen ich habe gerade ein gutes spot hier ja auch als war okay danke denn jetzt darf ich mich wenigstens nach hause ja dann unsere löcher sind immer noch da das war alles geplant das sieht aus wie zwei echt groß also da hat jemand echt krach ausblasen okay Komm her! I'm flying! Warum sagt mir nicht, dass ihr hier macht? Aber ich sei doch... Was? Suki, Suki, Suki! Urgh! Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars